Eine Geschenksverpackung aus einer Upcycling-Idee kann man mit einer Aludose und der Autofarbe gestalten. Hier nehme ich noch einen Rest einer Kreativfolie und das Herz ausstanzen und auf der Rauchenseite mit der Autofarbe der Agota anmalen und gut trocknen lassen. Mit dem Lochstanzen mache ich dann ein Loch, damit ich die Herzchen wie eine Wimpelkette um die Dose aufhängen kann. Man könnte natürlich die Herzchen auch mit dem Rubelkohl aufleimen. Der Lochstanzen hat drei verschiedene Grössen. Ich habe jetzt die kleinste Grösse genommen und eine gute Unterlage. Damit der Tisch nicht kaputt geht, muss man wirklich irgendeine Schneidmatte drunter tun, weil das Loch wirklich gerade durchgehend durch die Folie durchgeht und auch noch weiter auf den Tisch kommen könnte. Mit der Aqua XXL-Farbe könnte ich jetzt auf jedes Herz noch einen Buchstaben schreiben, sei es «Mami» oder «Danke». Ich lasse jetzt hier sein, es ist einfach noch so ein Tipp, den man, wenn man die Wimpelkette aufhängen, noch vorher aufschreiben könnte. Jetzt ziehe ich den Naturpast durch das Loch von diesem Herzchen durch und je nachdem, wie man es hat, kann man wirklich eine Wimpelkette daraus machen. Man kann es auch noch bei einem lassen und es sieht noch wunderschön aus mit dem Puder- und Terracotta-Gemisch um die Dose herum. Die Dose kann jetzt verwendet werden, sei es mit Praline gefüllt oder mit einem schönen Blümchen. Die Dose kann jetzt auf dem Puder- und Terracotta-Gemisch um die Dose herumverteilt werden, Untertitelung des ZDF, 2020